Das war das Ende einer Ära. Aber vor den Morden, den Folterungen, den Schlägereien und Ecstasy, vor all dem, war es der Fußball. Wir nannten uns die ICF, die Intercity-Firma. Es herrscht Krieg in den Straßen. Auf den Rängen im Stadion war Carlton Leach, ein Anführer. Ich hab viel Gutes über dich gehört, Carlton. Was soll mir das sagen? Auf den Straßen eine Legende. Übernimm die Regie an der Tür. Ich will sehen, was ich tun kann. Gewalt war sein Geschäft. Das Verbrechen, sein Weg zu leben. Ich hab was auf der Pfanne. Und zwar was richtig Großes. Das ist Carlton. Er ist für mich wie ein Bruder. Ja, hab ich auch. Damit können wir den letzten Deal ausbügeln und stopfen uns außerdem noch die Taschen voll. Wie wird geteilt? Warum schnappen wir uns nicht alles? Der BAFTA-nominierte Regisseur Julian Gilbey inszeniert die wahre Geschichte einer drei Jahrzehnte währenden Verbrecherkarriere in England. Und erzählt aus der Sicht des Mannes, der all das überlegte. Willkommen in der scheiß Nachbarschaft! In meiner Branche wird man nicht alt. Werf dahin ist ja so, das ist es. Vielen Dank.